Herzlich Willkommen zu einem Ranked von Companion 4.2 Beide als Wehrmacht gegen Russen, Brite Gegen ein Briten, genau Oh, erstmal den Truppen bauen hier Ok, wir müssen auf, ja ich weiß nicht, Mitte ist eigentlich Ich weiß Ist alles so offen, alter Digga, in die Kirche muss ein Mg rein Muss die Kirche Und wenn du hier eins rein bekommst, ist das auch gut für die Siegesmarke Für die Mitte ist das zumindest wichtig Ja, dann ist die rechte Seite aber immer noch bei mir offen, egal Scheiß auf, das wollte ich gar nicht Ja, ist echt so scheiß Wichtig ist das Benzin Ich frage mich nur grad, was brauche ich für das Benzin Ja, du musst das Benzin, bei mir ist das Benzin scheiß Ja, egal, du kannst um das Benzin kämpfen Er braucht irgendeine Siegesmarke, um die Straße zu halten Ich glaube, das war die hier Wenn er die nicht hat, hat er das Benzin nicht Super, soll ich das Ding einnehmen oder was? Du sollst es nur neutral halten, das reicht auch Du musst es nicht mal erobern Du musst es nicht mal erobern Du musst es nicht mal erobern Ah, der ist schon bei mir, alter Er setzt seine Pioniere hinter das Auto Ja Sonst haben die keine Deckung Die haben sogar keine Deckung, dieses rote, das heißt Ja, die sollen da auch gleich weg Die sollen jetzt gleich rechte Seite bei mir einnehmen So, der MG-Trupp röfft schon mal Der stellt schon mal das hin Jetzt ist es in die Kirche gehen sollen, aber egal Ja, ja, der hier ist das für die Straße Wenn er den nicht hat, dann kann er das Benzin nicht haben Oh, ich hab die Kirche, aber kannst du eine Truppe in die Kirche packen? Ja, ja, mein MG kommt Dann geh ich da schon mal rein, ne? Ja, ja, damit die das nicht kriegen Du musst nur dann sagen, den nachher rausholen Ich nehm jetzt mal das Benzin ein Oh, ich hab schon mal einen Mörser-Trupp geholt, ne? Ja, ich hab zwei MG-Truppen gebaut Ja, genau, ich hab einen Mörser und einen So, okay, kommt Kommandant, was nehm ich als Kommandant? Ich glaub nicht nur das hier So, du kannst rausgehen, ne? Ja, ich geh durch raus Ich glaub, ich geh auf Was geh ich denn auf? Äh, ich brauch hier Volksgrenadiere Deshalb piss dich raus da, Tim Ist meine Hütte Ja, kannst du auch schon reingehen, oder nicht? Nö Es kann nur immer ein Spieler drin sein Ja, manchmal können auch immer zwei mehrere rein Ja, ja, Truppen, aber nur ein Spieler Ach so Ein Spieler Wenn du im Haus bist, kann ich das nicht ver- Was irgendwie ein bisschen dumm ist, obwohl wir in einem Team sind, so Ja, ja Weshalb unsere Jungs sich gegenseitig bekämpfen in der Hütte Die hassen sich einfach Ja, du bist ge- Oh, nein, das sind die Ja, also hier kommt er nicht durch, hier ist ein MG, ne? Im Haus Da kann er nicht durch Ja, bei dir musst du aufpassen, ne? So, ich versich so viel zum Benzin zu kommen bei ihm Also wär halt gut, wenn du hier diesen Punkt bekommst, ne? Dann brauchst du da rechts nämlich gar nicht so viel kämpfen Ja, ja, ich will jetzt trotzdem hier versuchen Bekämpf, sie kommt Jungs, meine Drecks Pios Oh, jetzt nimmt der unser Benzin ein Die Schaden der einfach macht Scheiße Ja, die Jungs müssen erst hier runter Ja, komm, Siegesmarke neutralisiere ich noch Ah, du Mörsers, dann bleib ich noch länger drin Oh, komm, bei den Pios Oh, der ist bei mir schon ein Trupp, ey, scheiße Äh, so ein Fahrzeug Ja, ja, dem Egal, ich ziehe mir Da musst du Grenadiere bauen und mit Raketen drauf schießen Ja Ja, krieg die Ah, scheiß drauf, kommt haut ab Oh, jetzt ist er hier auch noch in der Hütte mit einem G drin bei mir Oh, das Scheiße Da hat er natürlich jetzt die bessere Stellung Gegensatz zu mir leider Oh, warte Oh, Jungs, Jungs, weg da Ihr werdet fertig gemacht Boah Ja, bei mir Ah, scheiße Dieses dumme Endg... Ah, ich kann mich hier zurückziehen komplett Ja, wohl, Alter, der hat... Puh, shit, 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 shit Brauch ich jetzt den Rauchbomben Mal, da fehlen mir natürlich die Punkte für Seh mal bitte zu, dass du bei dir ein bisschen, äh Du müsstest vielleicht mit zu mir kommen, um das beziehen Oh, Mann Da ist... Der nimmt ja alles bei mir ein Oder ich fighte halt, das kann ich jetzt auch machen Ja, oder du kommst mit Suri Ja, ich weiß es aber nicht, was besser ist Das kann ich nicht sagen Das Problem ist, ich hab einen ollen... Hier Ähm, schweres entgegen meinem Haus Ja, dann kill es doch ganz einfach Ja, ich hab da nicht so die Truppen, die kommen jetzt alle dafür Muss mich jetzt dafür sammeln So, Degas rausch wieder, dein Held, den hältst Boah, ich mach das, ne Ja, 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 Digga, so gehts wieder los, so ist gut, so ist gut Ja, jetzt bewegt mal deine Jungs, die sind alle topfit Ja, ich brauch Kampfkraft, so jetzt Die sind alle topfit, die standen da grad topfit rum So, jetzt ist wichtig, ich muss ihn sichtbar Ja, ja, lass ihn da vorrücken Obwohl, den mach ich zuerst fertig Ja, okay, bei mir, bei Kiesche kommen zwei Truppen bei Bei dir Ja, kein Problem, da ist ja das MG, da kommt er gar nicht Guck, geht er auch direkt weg Ja, das ist gut, weil die Truppen waren nämlich erst bei mir, das heißt, ich kann jetzt hier wieder durch So, ich rück jetzt erstmal hier voll Der soll sich jetzt bei mir verziehen, der Typ Der hat hier nichts zu suchen Kommt, Jungs, ran da Ran an den Speck Oh, mein Pius, kann ich da eher zurückziehen Hier, Jungs, rein da Da kommt, da stirbt noch, mindestens einer noch Komm, du dummer Sniper, schieß doch Wenn wir hier bleiben Drecksniper Ja, da schießt er daneben Oh, ich hab vergessen Ja, ja, zu leveln Hier, Upgrade zu gehen Ja, das hab ich schon gemacht Ja, ich hab's vergessen So, jetzt mein Fatty Ja, ich kann sein MG raussnipen Wieso? Hä? Der hat gar nicht die Ranger für Der scheated Der cheated Nein, da war echt nicht Oh, der macht mein MG kaputt Warum sagst du das nicht? Oh, raus da, Jungs Oh, es ist tot Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab nichts gesehen Das ist nicht in Ordnung Nicht sehen ist keine Ausrede Er hat mein MG gekillt Oh Der hat nämlich sein Brand Sein Auto hat er mit nem Flamme ausgerüstet Und das hat ganz knapp gegen meinen gewonnen Egal, jetzt hier weiter Mal einnehmen Der kann hier bleiben Oh Hat der sein Bezieh nicht eingenommen? Ich baue immer neues MG Wenn nicht sein, aber das sieht so aus Doch, doch, doch Das siehst du erst, wenn du den Kreis da siehst So Er hat es tatsächlich nicht Doch Oh, was kommt denn hier an? Oh, dickes Auto Dickes Auto Ich muss gleich was anderes bauen Das da bauen Oh, Sniper Nicht doch Schießen auf das Auto Bist du bekloppt, du Thomas Sniper Äh, du solltest deinen Truppen zurückziehen Ja, nee, was denkst du, was ich mache? Komm, die Rakete geht noch drauf Boom So, und jetzt rennt Jux Sprint Um euer Leben Der killt jetzt meinen ganzen Trupp, oder? Scheiße Das gibt's nicht Ey, der killt meinen ganzen Trupp Ey, das kann nicht wahr sein Dieses Teil ist ja ein Monster in Infanteriebekämpfung Scheiße Das war so natürlich nicht geplant Ich brauche Panzergrenadiere Oh Gott Panzergrenadiere Ja, sie werden Warte noch ganz kurz, bis du es hast Und dann hau direkt ab Nein Egal Ey, das gibt's nicht Der macht selbst mein Mini-Auto hier kaputt Was kann dieses Kampffahrzeug überhaupt? Ey, kriegt der nicht mal den Flakpanzer weg? Ah, ich weiß es nicht Was ist denn das für ein Müllauto? Ich muss nächste Zeit Ah, nee Kann ich das nicht schon bauen? Weiß es nicht Kampfphase 2 Ich bin noch Kampfphase 1 bin ich noch Ja, ich muss jetzt 2, weil das ist Boah, der hat 2 meiner Truppen gekehlt, Alter Komplett? Das ist ziemlich bitter, ja Oh Gott, das sieht nicht gut aus dann Das Problem ist, ich muss bei mir dieses Auto wegbekommen Und dieses... Ey, dieses Kfz hier, ne? Dieses Fahrzeug, das ist Müll Der macht selbst den einfach platt Das juckt den nicht Ja, mach mal Ich nehm mir jetzt erstmal die Munition Da versuche ich mit meinem Sniper Darüber zu gehen Renn weg, renn weg da Das wird dein MG nicht schaffen Ich sag's dir, aus Erfahrung Wenn dein Mörser nicht trifft, wirst du's nicht schaffen Da wird's Jungs Hier nimmt den Kampf auf, mit dem Sniper zusammen Oh, wieso ist da schon wieder ein MG drin, ne? Oh, zieht euch zurück, Jungs Scheiße, jetzt... Und Raketen-Aktillerie sind jetzt verfügbar So, aber den Kampf denkst du zu kriegen Bereits in Einsatz Wir haben das Ziel, in Bewegung Kann der... wie viel Range hat der... Ey, dieses Auto ist ja kompletter Müll Das hat ja nicht mal Range Du musst mal jetzt den Prinzip bei uns einnehmen Ja, was denkst du, was ich seit drei Jahren versuche und dir gesagt habe Du sollst mit runterkommen Ja, aber, aber, nee, ich hab dir oben alles sicher Ja, worum kämpfst du denn da oben? Um nichts Oh, oh Oh, oh Ja Da kommt sein Brummbrumm Oh, oh Oh, jetzt... jetzt hat der hier schon ein Panzer rumstehen Alles klar, dieses Pistil Flieh Flieh, Junge Kann ich das Teil bauen? Das kann ich wenigstens bauen Oh, Alter Ja, kaputt, Alter Junge, Junge, Junge Geht ganz und gar nicht gut aus So, ich versuche hier mit meinem Sniper durchzusnicken Ja? Also hier unten hat er schon dieses komische Teil rumfahren Oh, jetzt kommt das blöde Teil Mach kaputt Ey, guck mal wie schnell meine Männer sterben Ich krieg ja nicht mal die Rakete raus Ja, aber ich stehe, Mann Geh, zieh zurück Eine Rakete geht noch Oh, lauf! Ja, mein Auto kommt Sie wollen, mein Auto stirbt einfach Boah, der Brizep versucht dir gleich seine... Los, los, los! Alter, ich brauch dringend Stux Da führt kein Weg dran vor... Boah, ich brauch Benzin Ich muss Benzin bauen, wir müssen Benzinlager bauen Jeder eins, Tim Weil sonst kommen wir niemals an das Benzin... Digga, dieses Auto hättest du nicht bauen sollen! Das gewinnt dagegen nicht! Wie? Das ist Müll, das hab ich auch Ja, aber zu zweit Das wird trotzdem zu zweit nichts bringen Digga, Mütze! Mütze! Ja, ich hab ihn grad seinen Benzin Oh, da kommt dein dickes Auto, schießt da rum Aua, da schießt ganz schön böse Oh nein, der hat mein Dings... Juckt ihn einfach nicht! Auto kommt von mir, ist wieder einsatzfähig Nächster Trupp kommt auch Oh, was hat der denn hier rumste... Oh, Jogi, Jogi, Auto gibt Guss, gibt Gas! Ja, mein Auto ist kaputt Oh, mein Auto lebt auf Nullo so ganz, ganz, ganz knapp hier Alza Oh mein Gott Ja... Wir brauchen Benzin Ja, ich hab Benzinlager gebaut Ja, ich auch Und ich hab ihm sein Benzin zu Gesicht genommen Ja, genau Oh, wo laufen meine Pios denn lang? Wo laufen denn meine Pios lang? Wo laufen denn meine Pios lang? Seid ihr dumme Pios, ihr seid dumme Ah, die sind tot Ne Na, die sind OP Oh, jetzt kommt schon wie dieses Flak-Auto Oh, jetzt hat er irgendwann Mörser gekillt Oh, dieses Scheiß-Teil Scheiße Oh, meine Pios sind tot Ich verliere hier nur Truppen Ja, ja Ja Aber ich krieg die Siegesmack Pass auf deinen Scharfschütze Ja, lass den Er nimmt einen Ja, aber der macht doch das kaputt Ja, wie, der mit dem Scharfschütze Ich schieß jetzt drauf Schieß Aber was soll mein Scharfschütze dagegen machen? Mach die einfach kaputt Oh, mein nächster Trupp ist tot, mein MG Schweren MG-Trupp verloren Jetzt noch zwei Los Drei Es sind noch drei Tja, der schießt doch Ja, schneller Tja, geht nicht Jetzt schießt der Lauf Tja Wieso läufst du denn? Tja, vielleicht weil er es fertig hat Joa, Junge, ich hab einfach nichts mehr Du hast da oben ja noch wenigstens ein bisschen was rumstehen Jetzt, aber jetzt sollte ich sein Flak-Auto eventuell kaputt bekommen Mit zwei Scharfschützen Willst du hier nicht das Beziehen nehmen? Aber in der Mitte hab ich einfach gar nichts mehr Du hast ja auch überhaupt nichts, Mann Ja, ich wurde von Drei Fahrzeugen vernichtet Die hatten's in sich Du bist genauso scheiße wie ich Ja, da kann ich dir leider nur zustimmen Oh, oh, was stand da schon wieder rum? Was stand da rum? Nichts Ich suche jetzt seine Autos Aber... Wo sind die? Oh, jetzt läuft der auf natürlich hier drauf Oh, da Auto kaputt machen Aber ich brauch... ich Panzer 4 will ich 125 Bau Stux, Alter, bau einfach Stux Ja, aber die kosten hier in diesem Spiel aus 90 und nicht so wieder kapankt Ja, das sind aber bessere Stux Oh, jetzt schießt! Oh, die kriegen ja nichts kaputt! Okay, hier vielleicht bleiben sollen kämpfen Egal Ah, jetzt haut er natürlich wieder komplett ab, der Junge Ihr repariert mal und du marschierst hier rüber Oh Gott! Digga! Was? Was ist da? Was? Das ist doch nur ein Cromwell Was? Der hat bei mir zwei Panzer rumstehen, was soll ich denn sagen? Das sieht bei mir leider nicht besser aus Oh, da steht zu viel, Alter Ah, ich glaube ich weiß, was der Vorteil vom Kf... Ah, ne Ich weiß es nicht Der hat irgendwie voll viel Sicht, aber... Oh, mein Sniper ist tot! Wieso hat der den denn gesehen? Also ich weiß ja nicht, was so ein Vorteil ist, aber der macht ja einfach... Ich mach ihm einfach keinen Schaden Ja, du hast ja auch nichts gegen Panzer gebaut Warum hast du nichts gegen Panzer gebaut? Ja, was soll ich denn bauen, wenn ich kein Benzin hab? Ja, ne Pak oder so, jo Boah, ich weiß ja nicht, aber... Da ergeben sich schon Möglichkeiten Vor allem, da man weiß, dass er beide Benzin hatte Du hast doch gesehen... Der war nicht so inkompetent, bis zum dein Ding zu verteidigen Du hast... Sieht bei dir nicht anders aus Oh nein, ich dachte, mein Benzin kaputt Ah, Jungs, jetzt ran hier Da schießen sie, da schießen sie Komm, mein Snook! Gegenangriff! Oh, mein Snook, Alter, der sieht die einfach nicht Der ist blind Oh... Dein Snook ist einfach gleich kaputt Nein, jetzt sind seine Teile kaputt Jetzt... Bam! Erster weg! Jetzt geht's los! Gegenoffensive! Äh, der steht mal bei der Base! Hilfe! Ja, geht nicht! Ich muss nächstes Teil kaputt machen Ja! Kaputt gemacht! Ähm... Äh, meine Jungs kommen zurück, sie kommen dir zur Hilfe Ist das gut, oder ist das gut? Das ist doch gut, ne? Und ich hab hier einen Halbkettenfall... Wieso war das jetzt so teuer? Das hat ja nichts besonderes Alter... Was hat denn das jetzt besonderes, dass das so teuer ist? Sind das Jungs Elite? Alter, was knallt denn da... Wie, Digga, du kriegst Artillery rein? Wo? Deine Base! Also, das sollte dir mal auffallen Dass da da ein bisschen was runterkommt Was? Och, die haben... Ach... Ja, da hab ich ein teures... Oh... Da hat er es grad gebissen Alter... Ist das fast nicht kaputt? Mein Fahrzeug, das du hier siehst, wurde von einem Trupp mit Raketenwerfern Einmal kaputt gemacht Und es ist nur ein Mann entkommen aus diesem Auto Der läuft grad in meine Base Das ist der einzigste Überlebende Das ging aber schnell So schnell war das eigentlich gar nicht geplant Aber ich hab meinem Gegner Schaden zugefügt Aber das war's auch irgendwie schon Ich kann nämlich grade nicht mehr so viel machen So, mein Stuck ist wieder einsatzfähig Was ich damit machen soll, weiß ich auch nicht so ganz Gibt grad nicht so viele Chancen für mich Ah, da läuft er wieder rum Komm, brennt sie nieder Brennt sie nieder Wieso gewinnen denn seine, obwohl ich viel früher drauf losschieße Weiß ich nicht Oh Gott, kommen wir Panzer Ich komme, Tim Ich brauch da noch Infanterie von dir, die da mitkämpfen Ich komme Scharfschütze, was machst du denn da? Ich komme jetzt, Tim, jetzt rauf da Jetzt holen wir sie uns Oh Gott, was sind zwei? Ja, auf den, genau, auf den konzentrieren, auf den du geschossen hast Oh, der Delete den von Tristan hier Tim, der Delete den von Tristan hier Ja Egal, komm Jungs, einfach Raketen drauf Schieff! Der stirbt nicht Ja, lass Nein Verfolgung wird aufgenommen Der kann doch nicht schneller sein Ich mach Rückzug Rückzug Ich kann jetzt, was soll ich bauen? Ein Flakpanzer oder ein Stuck? Ist das gerade deine ernsthafte Frage? Also ich glaube, ich glaube wir kriegen die Panzer nicht daun Aber bau mal den Ostwind, mal sehen wie der fällig wird Oh, da kommen sie, da kommt, auf sie Sie halten nicht viel aus Sie halten nicht viel aus Sie halten nicht viel aus Aber dein Ding ist gleich kaputt Er überlebt das, ich schweiß Rauch ab Du wirst mich nicht kriegen Naja, aber sie zieht sich eh zurück, das war unnötig Ja, wenn ich mein Stuck verloren hätte, hätte ich nichts mehr gehabt Von daher Äh Ich weiß gar nicht Wie wir das machen sollen, in der Mitte steht halt diese dumme Flag So, jetzt nimm mal jetzt Punkte ein hier Ja, wie denn da links ist ein MG, das bekomme ich auch nicht raus Das ist ein bisschen sch... ich kann ja mal da rüber gehen So, die Jungs sind auch wieder fähig Ach ne, meine Pios müssen den hier reparieren Ich kann auch mal neue Pios... Oh, ich hab voll viel Arbeitskraft Muss ich mal nutzen Nutz die Arbeitskraft, wozu habt ihr sie Jungs? Ausgeben So, wir müssen jetzt die Mitte einnehmen Ja, da ist ne Flag, hast du was vergessen? Ne Flag? Ja, ne Flag... Oh, jetzt rückt der hier schon wieder vor Du gehst mir so auf den Sack, du Missgeburt Da wirst du leiden, Junge Ich töte dich Dein Auto töte ich Jetzt schießt die Rakete ab Die haben sie nicht abgeschossen Die flog sogar schon Ja, mach ihn platt, Jungs Mach die platt Wieso triffst du dich? Der hat grad mein Stuck instant gekillt Ja, das ist gerechtfertigt Ich hab jetzt zwar endlich sein dumme Flag Mein Stuck Oh, aber ich geb den mal ein, komm Neeein Oh, oh, nee, Digga, aber jetzt kommt... Oh, oh Der schießt jetzt mit Artillerie rum Oh, oh, Junge Der killt meine Männer damit, der killt meine Männer damit Digga Ich hab Probleme Was ist das für den OP-Panzer? Was denn? Junge, wie viel Schaden macht der Der hat natürlich auch einen Was dachtest du denn? Der macht viel mehr Schaden, das ist voll unfair Nee, der macht so viel Damage wie ein Ostwind etwa Nein, macht der nicht Nö, doch Auf jeden Mal Daumen schon Aber ich glaub der Ausfurt macht mehr gegen auch gepanzerte Ziele noch Damage Aber wir müssen jetzt hier mal irgendwie was ändern Ja, genau, und zwar rückst du jetzt auf meiner Seite vor Auf deiner? Ich will auf deiner nicht so wirklich verrücken Da stehen zwei Cromwells und ein Flak-Panzer Ich will ja nicht sagen, aber ich habe nicht mal die Kraft, um einen von denen wegzubekommen Doch, einen Cromwell würde ich töten, aber das war's auch Ich hab hier auch zwei Packs Super! Oh, oh Dass die einmal umrundet wären, dann war's das Oh, oh, Jungs Die Elite Infant... Ne, was sind das hier für Boys, Alter Macht sie fertig, Jungs Ach, lauft einfach, lauft einfach, ihr braucht gar nicht kämpfen Ich schick dir meine Männer hoch Äh, er umrundet dich Oh, ist er dumm, ist er dumm, ist er dumm, anstatt dass er einfach weiterfährt Jetzt, jetzt, jetzt fängt er an Du musst deine Packs gleich nach links ziehen, manuell Manuell komplett nach links Jetzt ist zu spät, jetzt ist zu spät, jetzt hat er sie auseinander genommen Oh Gott Egal, ich baue gleich noch einen Stuck Der wird das sicher regeln Komm Stuck Oh, der geht schon wieder auf das Beziehen Ja, wir regeln das bei dir Ja, da weiß ich nicht so ganz, ob wir das hier drüben regeln Das ist ein bisschen viel los Okay, dann zieh ich mal die Jungs wieder Nein, ich töte den jetzt Jetzt wird der getötet, Junge Alles auf ihn Der erste ist gleich down Erster kaputt Jetzt sind die anderen dran Mich hält nichts auf Beide kommen auch noch Knallt rein da Äh, du kommst ein bisschen spät, ne? Jaaa Der kommt bei mir gerade an So, jetzt Ja, ich hau mal wieder ab, du machst das schon Bitte Äh Unten kommt der Oh Meine Puck Weiter zurückziehen Ab ins Haus Guck mal, die gehen durchs Fenster rein Ah ne, das ist die Tür Ich dachte schon, die sind durchs Fenster gegangen Aber jetzt habe ich die ganze Stuck Ja? Meine Elite? Was für Elite? Ja, diese Stuck Die Trupps hier Welche? Oh, Panzer oder Puck Oh Gott! Das sind da drei Panzer Zeig dir nicht die Seitenpanzerung Nicht die Seitenpanzerung zeigen Junge Ja, die haben mein Stuck auch ins gekillt Das war nicht mehr so angenehm Okay, wir kommen, wir müssen die jetzt killen Da sind sie Ja, sind sie Sind ja nur drei, ne? Oh, oh Los, jetzt vorrücken Was mach ich denn? Jetzt gib ihnen alles, was du hast Alles, was du hast Alles! Wo ist die Unterstützung? Ja, sie kommt Ich vertreib den aus deiner Base Einer ist kaputt Das ist gut Das ist, äh Du kannst den Panzer wieder einnehmen, ne? Digger, jetzt einer Jetzt einfach auf Ja, da kommt irgendwas mit Flugzeugen Irgendwas kommt hier, Tim Irgendwas Böses Irgendwas Böses Oh, oh Ich würde dich da sagen Zieh dich lieber zurück Ist nur so'n Tipp Oh, der hat hier sogar eine Artillerie Ganz vorne an der Front Ey, was ist, was hier läuft? Hier läuft irgendwie alles schief Einfach alles Hier läuft alles schief Raut wieder ab, Jux Das ist, das läuft nicht gut Der zerstört mein Gebäude Davon, weil ich drum rauskomme Ja, das ist halt so Die Ressourcen sind weg Die Ressourcen sind weg Die Ressourcen sind weg, ey, das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Wenn ich dich aufmuntern kann Ich hab nicht mehr so viel Ich weiß auch nicht, was ich so wirklich bauen soll Das Duke bringt's leider irgendwie nicht gegen seine drei Die er schon auf dem Feld hat Ne, du musst einfach einfach ins Ried rum Ja, aber die kann Die Panzergrenadiere hab ich nicht genug Muni Damit die Raketen bekommen Das ist auch so ein kleines Problem Okay, ich hab noch 220 Muni Also eigentlich kann ich noch aufrissen So, ich hab noch eine Puck jetzt Eine neue Puck Go Puck Regel Regel, die stell ich jetzt hier richtig sneaky auf Wenn er nochmal in deine Base fährt Dann knall ich ihn den Latz voll So, ich hab gleich vier Panzergrenadiere Das ist toll, das ist richtig schön Und, und, und ich, oder, oder ich mach einmal Sektorartillerie Sektorartillerie, kannst du die nur auf unsere oder auf feindliche Sektoren machen? Alle feindlich leider in die in die Zielsektoren kommen werden mit 10 Euro Ja, auf alle, es gilt das für uns Ich bin her Ich mach das Oder ich, äh Äh, update, äh Zweimal Ohhhh Da kam grad was vom Himmel und hat meinen Pioniertrupp mit Eimer vernichtet Der Feind besitzt über starke Artillerie Jetzt zieh deine Truppen zurück, wir laufen euch zusammen Dicker, ich nehm die Siegesmacher ein Ich bin gut Alter, was war denn das für ein Grafikpacker, Alter Kann man ja mit den übelsten Flammenwerfer an Weißt du, was viel wichtiger ist? Er hat mir meinen Pionier gekippt mit seiner Artillerie Der gab ja noch 75 Punkte, wir müssen jetzt auch langsam mal angreifen Jaaaa Jaaaa Oh Junge Ja denk dran, seine Teile können Artis verwenden Jaaaa Genau dafür hab ich meine Puck hingestellt Meine zweite Puck kommt jetzt auch zurück So, Jux Was? Dafür stehen die Pucks da Ja, das ist die Arti die er hat Der hat einfach alle meine Truppen kaputt Da kommt noch wer vom Himmel Junge, das ist nicht normal was da vom Himmel Aber ich hab ihn vertrieben Ich hab ihn vertrieben Meine Puck hat's getan Ich hab jetzt vier Truppen Ich hab jetzt nur noch zwei Ja, da musst du mal was ändern Granate Jungs Weg Ich hab einen Trupp gekillt Endlich hab ich mal einen Trupp gekillt von ihm Es kann losgehen Gegenoffensive Tim Wir gehen die gegenoffensive Die kann nur funktionieren Ich komm nicht klar denn Ja, was denkst du, wie es mir die ganze Zeit geht Ja, aber meine Basis Deine Basis hat keinen Panzer Ich kämpfe um sie Ich werde dann, wenn der nächste Trupp ist tot in deiner Base Deine Nächsten laufen rein Okay Sie werden ein bisschen vernichtet Du solltest sie da wegnehmen Ja, aber ich muss sie doch irgendwann Das macht ein bisschen viel Buben bei dir In deiner Base sind zwei Panzer Ja, dafür hab ich grad keine Zeit Ich geh in die Offensive Aber, aber In die Offensive Ich vernichte ihn Guck, wir machen sie doch fertig Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist Oh, oh, ja Und Artillerie ist übrigens auch noch Artillerie Ja, das sind die anderen Oh, das... Okay Nice Ja Ja, die haben uns fertig gemacht Die haben uns komplett zerstört, die Jungs Oh Ajo Haben sie nicht schlecht gemacht, die Jungs Das war alles wegen diesen Skins Hundertprozentig Die waren zu gut Da gab's Ja, das In beiden Fällen Kommt so oft dasselbe hinaus Ja Bis zum nächsten Mal, hau rein, ciao In der Die Deine In der In der Spin In den In der In der In der In der